Achtung vor den Aufstiegern! Ah, ich höre gerade bei den jeweils langjährigen Vorsitzenden Hüftvereins hier Lasst eigentlich auch eine freie Fahrt weiter durch Und mal ein Glocken-Leute Auch, wie war das noch? Das Glocken-Leute der Kulturradfahrer Ja, da hinten höre ich noch was Schönes Ah, sehr schön Herzlich Willkommen In der Stadt Das sind PS Einmal ein bisschen weiter durchfahren Ja, der Kursor weist nicht ab an dieser Stelle Ja, da ist ja eine Maschine schön Ein bisschen mehr vorne Ein bisschen heißer So, ich glaube das Ende ist nicht in Sicht Ich weiß nicht wie lange das hier heute noch kriegt hier Wahrscheinlich werden wir eine halbe Stunde morgen bis morgen erst mal auf Einmal weiter durchfahren Ich habe versucht zu zählen, ich habe aufgehört Was höre ich von euch? Ah, sehr schön Ah, sehr schön Und jetzt auch mit von der Partie Herzlich Willkommen Und jetzt auch mit der Partie Ja, da sind ja ein Kontinominium bis ins Letzte Aufgestattet Die schönsten Maschinen hier vorne Da gibt's was zu gucken Da gibt's was zu hören Höre ich euch Ja, da gibt's Ja, da gibt's Ja, da gibt's Ja, da gibt's Wir müssen hinten bei der Lamedicic immer noch ein bisschen Platz machen Wir sehen halt von hinten auch Ja Wir sind gestürt 3.000 Cent hier da Herzlich Willkommen hier Kann ich euch auch mal hören? Ja Ja, da gibt's 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 Ja Schauen Sie mal bitte Lasst alle auf dem Platz damit Alle sehen und alle hören Ich würde mal erst alles sehen Hören sie ? Dann gibt's noch mehr Ja, das hört ja überhaupt nicht auf, wir brauchen noch Platz hier vorne, könnt ihr noch ein bisschen weiter durchfahren. So ein bisschen geht noch, ihr müsst noch mehr Platz machen lassen. Erstens sind wir da hinten, da steht noch ein sehr gefühlte 500 Euro, dann auch noch auf Platz. Also einmal noch ein Stück hier durchfahren und dann Ende. Ja, was höre ich denn hier? Ja, ja, was passiert dann? Einmal noch weiter durchfahren, bitte. Jetzt lauft gar nicht die Szene von uns hier drüben. Sag mal, wo kommt hier alle her, hier? Wo stellen Sie hier, Bringsdorf? Was, Dortmund? Dortmund ist auch da! Der geheime Sieger! Ja, ich weiß nicht, ihr könnt alle zu kurz sicher fahren. Deshalb noch einmal die Mitte hinten an der Bergenkirche noch ein bisschen aufzuschnitzeln. Noch ein Stückchen weiter, weil der sieht so aus, als wenn er hier hinten auf einen Lücker und Künstler zufrieden hat. Ja, wir brauchen noch ein bisschen.